Drei, Zwei, Eins und Loos! Hast du schon ein Regenbogen in Schwarz-Weiß gesehen? Kinder, die immer nur leise sind, das gibt es nicht. Hast du Träume, die du nicht erreichen kannst? Gefühle, die du niemandem zeigen darfst, die gibt es nicht. Dreh dich um, dann kannst du über'm Tellerrand sehen, alles bunt. Muss nur ein Stückchen weiter gehen, ich spiel die Luftgitarre und wir singen. Komm, lass uns die Welt bemalen, in Regenbogenfarben. Wir wollen sie überall, Regenbogenfahnen. Komm, komm, lass die Welt erstrahlen, in Regenbogenfarben. Man sieht sie überall, Regenbogenfahnen. Er und er, Zwei Eltern, die ihr Kind zur Kita bringen. Sie und sie tragen jetzt den gleichen Ring. Alles ganz normal. Er und sie, er schmiert die Brötchen, die sie nach Hause bringt. Du und ich, ganz egal, wer wir auch sind, wir sind ganz normal. Komm, lass uns die Welt bemalen, in Regenbogenfarben. Wir wollen sie überall, Regenbogenfahnen. Komm, komm, lass die Welt erstrahlen, im Regenbogenfahnen. Man sieht sie überall. Dreh dich um, dann kannst du über'm Tellerrand sehen, alles bunt. Muss nur ein Stückchen weiter gehen, ich spiel die Luftgitarre und wir singen. Wunderwurm sei nicht. Im Regenbogenfahnen. Im Regenbogenfahnen jaws bukan ja kein Glенко worthgarten. Im Regenbogenfahnen kämpft, gibt es viele beispielsweise gerade Galenbogenfahnen. Wunderwurm, vas den fuerte Fahnen vídeos ein sehres eksperte Taschmerzen im Regenbogenfahnen. Drrec sub Oh Lass uns Wir wollen sie überall Regenbogen fahren Komm, komm, lass die Welt erstrahlen Regenbogen fahren Man sieht sie überall Regenbogen fahren Regenbogen fahren Regenbogen fahren Das falsche Mikro, hat Spaß gemacht Ja, es war richtig lustig Mega cool, oder? Ich habe sogar blau in den Mund bekommen und hatte blaue Spucke Ja, man schmeckt quasi, was man anhat Man schmeckt, was man kriegt Ich fühle Liebe und Göttlichkeit War gut, ihr seht toll aus Vielen, vielen Dank nochmal Möget ihr die Lust am Sport nicht verlieren und erfolgreich sein und eure Eltern und Familien und mich glücklich machen. Dankeschön, Laura, Tom und Jakob. Vielen, vielen Dank. Ja, wo ist ein Kerstin? Ist Kerstin weg? Ja. Hallo, Mama, wir sind im Fernsehen. Hallo, Mama. Hallo, Kimi. Festivalfernsehgarten, richtig, richtig coole Farben. Das macht wirklich, wirklich Spaß. Man muss auch mal Fünfe gerade sein lassen. Nächsten Sonntag Rockfestival. Da geht es genauso weiter. 12 Uhr, weil wir es können und weil wir Sie lieben. Und alles ist nur für Sie. Für die Servus und Baba. Bis nächste Woche. Tschüss.